Christopher Bartle ist seit 2001 Disziplin-Trainer des deutschen Viehseitigkeitskaders. In Nordengland leitet er das Yorkshire Riding Center, einen Ausbildungsstall, der mit seinen hervorragenden Trainingsmöglichkeiten viele bekannte Reiter anlockt. Dieses Video zeigt Christopher Bartle und seinen Schüler James Somerville beim Springtraining. Nehmen Sie etwas zurück und wechseln. Und weiter, vorwärts, treiben, treiben. Okay, durchparieren. Das war genau, was ich gemeint habe. Du warst da hinten viel zu langsam und musstest du sie dann hier nach der Ecke treiben, dann wird sie zu flach. Du musst in der Ecke so stark vorwärts treiben, dass du sie dann fast zurückhalten musst. Jetzt sie rüber zur Kombination. Schön, besser. Gut. 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 Vielen Dank.